Ich hab Schafe gefunden, ich hab nur ein 1 Karma, tu deine Arbeit Karma ist ein Bitch Okay, du wirst in ungefähr 30 Minuten durch einen Tod durch ein Steinschwert in Minecraft sterben Nee, das ist ja gemein Ist ja kein Karma War das nicht Love is a Bitch und nicht Karma is a Bitch? Es eskaliert gleich Ich hab auch ein Schaf gefunden Alissa, war das nicht Love is a Bitch? Doch, jetzt zusammen und töte die nicht Was ist das? War das nicht Love is a Bitch, also Love anstatt Karma? Weiß ich nicht Warte, du kommst, das Zitat kennst du doch Love is a Bitch and Bitch things gonna happen Kann sein Ey, hier liegt sogar noch ein... Okay, ich dachte gerade du müsstest das kennen Warum ich? Naja, ich sag's nicht Weil du ein Mädchen bist Nein, 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 überhaupt nicht Also wirklich nicht Jaja Jaja Ich muss den Weg jetzt irgendwie zurückfinden Nach, ich weiß jetzt, dass ich hier richtig bin Es ist einfach so lustig Oh nein, nein, nein Ein Zombie, ein Zombie, ein Zombie, ein Zombie Ja, von denen hab ich auch schon genug gesehen Ich brauch ein verkacktes scheiß Mist Eisen Ja, dann töte jemanden Ich hab ein Eisen Was, ein Eisen? Mich brauchst du nicht töten, ich hab kein Eisen Ich auch nicht Ich hab auch kein Eisen Ich hab ein 60 Stück Oh, ich zieh da hinten einen Namen Oh mein Gott, oh Das ist ja Weltwirtschaftskrise oder was? Ich lauf richtig Ja, es ist die Wirtschaftskrise Wie? Total Ich brauch's zu essen Ich bin richtig hier, oh mein Gott Oh, ich kann wieder nach Hause Aua Ist grad mir jemand entgegengefallen Hey Miso Ach hey Na Oh, ein Skelett Wenn du übrigens in die Richtung weiterläufst Wo ich gerade herkomme Da sind Schafe und Hühner Hühner ist ganz... Obwohl, da muss ich jetzt... Ja, äh 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 KFC braucht Hühner Ja, das ist KFC Besorg dir welche Besorgst du? Wir besorgen den Nachschub nicht Dafür ist der KFC da, dass es uns beliefert, ne? Ja Schicke im Box zu mitnehmen, bitte Boah, ich muss mir echt ne Treppe bauen eigentlich Ja, der Inder ist gerade nicht da, der ist gerade beten Oh Gott Oh Gott Was ist der Inder? Ja, weh KFC Wann kommt doch NDA Inder? Wann kommt doch NDA? Domei, das ist ja... Das ist ja was ganz Neues Was kommen Schnell abbauen Ich erinnere mich nicht Ey, ich lobe es nicht Vielleicht kann ich hier Öfen betreiben, die dann das ganze Hühnchen hier rösten und braten Du kannst auch einfach mit Holz Hallo Ja, schon klar, aber das finde ich nicht so gut Ich nehme einfach das Maus auf Schau mal in dein Haus Jemand infiltriert mein Haus Tötet ihn, tötet ihn Schnell zumachen Verdammt Dir hast du das geschafft Warte, wie viel Quadratmeter sind das? Ähm 4 mal 1 1 2 3 4 5 6 24 Quadratmeter Ich werde sowieso gleich erstmal eine Minentour machen, damit ich mir Diamant besorgen kann Oh Gott Stimmt ja, es gibt ja Minen Jetzt nicht so schön Glaubst du, wieso heißt das Spiel Minecraft? Äh Damit man über Tage baut Genau Damit man über den Schafen knuddeln kann Ich glaube, weil man da so viele Farmen bauen kann, ja Ja Ah, hm Ich bin jetzt Farmbill Farme Farmbill Gott, nee Kann jemand von euch schon einen Eimer craften? Ich hab schon Feineisen Hast du einen Eimer? Nein! 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 Ich hab einen Eimer, ja Yeah! Äh, kannst du mir kurz Wasser vorbeiblen? Ich hab keinen Chicken mehr Könntest du mir bitte, ja, wenn du irgendwo Wasser hier aus dem Berg her nimmst? Äh, ich hab mal die Treppe Oder du wirfst mir den Eimer runter und ich hol mir selbst und bring's dir wieder hoch Ich hab mal die Treppe ein bisschen verbessert Ich hab mal die Treppe ein bisschen verschönert Meine? Ja, schau mal Ach cool, ich hab jetzt ne Treppe Ne halbe Treppe Also, äh Stein Kobbelstrum Wir müssen jetzt noch einen Ach, Akku, bau dir mal eine Treppe nach oben, hä? Äh, ich hab schon ne Treppe durch den Berg, aber die müsstest du dann erstmal erfinden Auf zur Expedition Ach, ne, ich bau mir erstmal ne Truhe, äh, ne Truhe, damit ich meine Sachen sichern Ah, wie baut man nochmal ein Bett? Ich bin zu doof Äh, Wolle Drei Wolle, drei Holz Drei, ja Drei Wolle, drei Holz Und so wie es aussehen würde Wolle ganz oben und Holz unten Und ein Döner Der Jonas belästigt mich an meinem Haus Schon wieder? Immer diese Stalker Immer Jonas, so geht das nicht, okay? Wir können darüber reden Es eskaliert gleich Ne, ich will damit nicht gehen, äh, mit dir nicht, ich geh damit lieber, äh, mit dem Happy rüber Er stalkt lieber Männer Boah, guck mal, guck dir mal an, der hat schon Treppe, älter, guck mal Ich bin fortgeschritten, ich hab sogar schon ein Bett Na, weil du die Schafe, weil du die Schafe getötet hast Ja, stimmt Ich hab Treppen Ja, Treppen hab ich auch schon Treppen Und ich hab wieder so coole Zelda-Musik Von wo, von was, wie? Von dem Textrapack Ach so Cool Du weißt so ein Diamanten Ja, naja, so glaub ich nicht Aber wenn, wenn ich die Leute schlage, haben die dieses, ähm, Link-Geräusch, wenn Link schadet Ja doch Nein Oh, du warst das genau Oh, du warst das genau Oh, wenn du runterkriegst Ah Wenn der stirbt Ah Sextrapack ist so cool Wenn du Schaden kriegst Ah Ah So, ich muss, ich brauche, was brauche ich denn alles Eine Schippe Ich brauche einen Stein sperrt Egal, was man hier hat Ich find's ja so herrlich Weil jetzt, jetzt, ähm, bricht man sich die Knochen, wenn man, äh, unter Wasser ertrinkt Und früher hat, hat man, egal welchen Schaden man bekommt, hat Äh, 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 äh Ja Das waren, das waren Zeiten Das waren Zeiten Ist gut halt Ja Okay, KFC hat keine Hühner mehr, sondern nur noch Rotten Flesh Ja, das ist doch schön Schlecht Ja geil, ich hab meine ganzen Sachen gerettet KFC Lebensmittelskandal Wollte grad sagen, das muss man hier mal den ganzen Leuten melden Und... Tja Dann gibt's kein KFC mehr, hier gibt's nur noch McDonalds und Burger King Blas, ey Burger King können wir gleich streichen So, also, ich geh jetzt erst... Kommt jemand mit, ne Minentour? Ja Ja Ja, 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 ja Ich mach erst mein Haus fertig Ich bin mehr so bodenbeständig, weißt du Ähm, hat... Oh, 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 halleluja Wer hat denn da sein? Na ja Es geht ja Ja, ich wollte grad sagen, sein Orgasmus Ich wollt mich nur zurückhalten Musst du nicht, musst du nicht, musst du nicht Alles klar Musst du nicht, das Niveau ist tief genug Ach, das ist doch nicht tief Ha, ha, ha Im Dürmer gehalten alle Leute In der Höhe seiner Hose Siehst du, selbst ich lache schon Oha, verdammt Wer hatte recht Verdammt Verdammt Daaaah So Ich kann jetzt kein Feld anlegen, weil ich kein Wasser hab Ja, äh, ich habe... Ich hab ne Idee Ich hab die... Ja, du kannst es ja in meine Truhe schmeißen, dann lege ich irgendwann ein Feld an Achso, ich wollte meine Workbatch annehmen Ich bin brillant, 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 ich kann eine Angel bauen Ja? Das ist einfach schlechtes Karma Ja, kann ich auch Aus Sticks und, äh, String, ne? Ja Oh, ich weiß was Ich weiß gar nicht, wo ich bauen wollte Nein! Ha, ha Wieso das gerade angehört hat? Nein! Ich sag dir, du musst dir nicht eine Treppe bauen Jetzt musst du eben... Das war das Karma War dabei Sag ich doch Aha Achte auf das Karma Geschlechter, desto schlechter Fast sexistisch Ja Ja Ich weiß gar nicht, wo ich bauen soll Ich find meine Sachen nicht mehr Ach, Materialien hab ich ja jetzt, aber... Ich hab's nie wieder gefunden Wieso hab ich nicht eigentlich mein Bett grad in mein Haus aufgestellt? Ich würd auch gerne ein Bett haben, weil ich war schon eine Nacht draußen, das hat weh getan Das Problem ist, keiner von uns hat richtig Wolle, oder? Ne, nicht mehr Ich hab noch einmal Wolle Außer wir schlafen alle bei Kirby Ja, gerne Oder bei mir Äh... 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 Also ich geh bei Kirby Ich hab nur ein Bett, also... Ich geh mit dir... Wollen wir... Wollen wir auf Tag setzen, damit wir alle kurz disconnecten und einer schläft Ich kann auch schlafen Ich hab meine Wolle wieder gefunden Wollen wir auf Tag setzen, weil mir ist ideal, ich bin in der Mine Ja Äh... Ich komm auch mit der Nacht noch, klar Ich würd jetzt eigentlich gerne... Ich komm auch mit der Nacht schlafen Gerne Spinne, Creeper, ähm... Blume, ähm... Alles da Was heißt, du kommst zurück? Klar, wenn wir nicht alle schlafen, dann schläfst du auch nicht, ne? Aber du kannst im Haus bleiben, heißt Ich weiß Ich kann auch in meinem Haus bleiben Aber sie kann ihren Spawn, äh, in ihrem Haus setzen Ich brauch uns... Ah, ich hab eh... Ich hab eh Knochen Ja, jetzt hab ich Baummehl Ja, genau Gutes Deutsch Nein, gutes Deutsch Nein, gutes Englisch Bonemehl Bone... Zombie, Creeper, yeah Yeah, weed Smoke weed everyday So, ha... Hat einer von euch ne Eisenspitzhacke? Nein Wer von uns hat Eisen? Viel Eisen? Wer hätte ne Eisenspitzhacke denn gemacht? Creeper, yeah, du stirbst jetzt Wie setz ich nochmal in meinen Stern? Welche höhe ist... In den Amplified, äh... Einfach, äh, äh, ins Bett legen In den Amplified, äh, äh, ins Bett legen Ich glaub 12 war's oder 11 Kann's ja... 18 Es geht ja auch, dass einfach ein... Einzwer Leute, die kein Bett haben, rausgehen Und... Also für 7 Sekunden rausgehen Dafür bin ich sowieso... Wir können auch mal die Nacht überleben Ich war grad sagen... Mich ist denn sozial, ich bin jetzt in ner Mine drin Genau und ich hab auch kein Bett, aber ich komm auch so damit klar Ich hab endlich... Ich hab endlich... Ja, ein Skelett. Mehr Knochen. Mehr Knochenmehl. Marvin, wenn du in die Richtung gehst, findest du irgendwann Schafe. Ich sag nur, je mehr Selbstmordattentäter, desto weniger. Okay, du kommst jetzt immer näher zu mir. Ich muss einfach mal schauen, wo ich hingehe. Ich muss, glaube ich, jetzt mal für jetzt aufhören. Ich nicht, ich hab Familie. Ist das Familie? Ja, sie hat nie geeriert. Nein! Haha, miese. Oh nein. Fuck, ich hab noch immer Hunger. Boah, folgt ihr jetzt schon Brot? Was los bei ihr? Ich hatte auch schon Brot. Da muss ich jetzt hin. Das ist nicht weiter. Ich verhunger gleich. Okay, ich sag dann mal Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Auch Revoir. Wie hab ich das denn nicht geschafft? Baguette. Je mehr Selbstmordattentäter, desto weniger. Das war sein Karma. Von wegen Steinschwert. Von wegen Döner. Oh. Ein Villager-Zombie. Ich hab eine Hühle gehört. Ich hab einen Villager gehört. Hast du gehört? Geil, ich hab ein Dorf. Ich habe meine Sachen wieder. Ja. Bünder die Schmiede. Ähm, da angelt jemand. Ernsthaft, töte den. Der hat eine Angel. Buh. Ich hab nur noch einen kleinen Punkt. Er hat was, was du nicht hast. Töte ihn dafür. So läuft das hier. Naja, wenigstens habe ich andere Dinge, die er nicht hat. Penis. Wann ich schon? Held habe ich auch. Ich dachte, du meinst, das ist ganz anders. So. So, was war das jetzt? Y- oder? Doch, Y-13, ne? 18 oder 20. 18, ja. Aber 18 ist, glaube ich, am wahrscheinlichsten. Was? Zumindest, zumindest Höhe 18. Das ist mit meinen. Ja, weil, weil du da noch nicht auf Lava stößt, aber, ähm, eben auf Diamanten. Ja, 12 ist am besten. Da stößt du schon auf Lava. Ich meine nämlich auch schon 12, aber... Immer dieses Kacke im Blick weit. Oh, ich hab... Oh, hab ich jetzt hören, ich höre Lava. Ich muss noch für Mathe lernen, aber ich spiel lieber. Tja, du gehst dir nicht alleine so. Ich kann nichts abbauen. Was ist das für eine Kacke gerade? Achso, liegt vielleicht daran, weil ich gerade eine neue Welt generiere, sag ich jetzt mal. Ah, ich baue eine Schippe. Was mache ich denn für einen Scheiß hier? Wenn du dort nichts abbauen kannst, kannst du es da an der Tatsache legen, dass es immer noch zu dicht am Spawn ist. Ähm, ja. Ja, danke für die Info. Das war sehr früh gesagt. Besser früher als gar nicht, ne? Nein, das könnte man ja schon vorher bemerkt haben. Ich wundere mich, warum ich gerade keine Spitzhacke baue und lege oben Stein hin. Und dann stelle ich fest, oh, ist der Kies. Schnell, Schlecker. You failed. Oh. Ich muss sagen, das Angeln macht wesentlich mehr Spaß als in den vorherigen Updates. Ja, war tatsächlich nicht zu Ende. Ähm, die Chancen sind höher. Du siehst, wann ein Fisch ungefähr anbeißt. Also es kommt nicht mehr ganz zu fällig. Du kannst aber auch Schrott, äh, oder Angeln. Schuhe, Holzschuhe. Holzschuhe, ernsthaft? Ich hab Eisen gefunden. Was, wir sind bei den Holländern? Ja. Holzschuhe, jo. Naja, ich hab jetzt drei rohen Fisch und zwei rohen Lachs, also. Ja, dann kannst du uns gleich dann was abgeben. Ich hab drei Eisen. Ich hab drei Eisen. Nein, ihr habt mich alle alleingelassen. Ich gebe niemandem was ab. Was aber? Stirb. Einfach. Ja, ich könnte dich jetzt einfach töten. Mich? Ja, vielleicht. Weißt du überhaupt, wo ich bin? Ich hab dich vorhin gesehen. Verdammt. Und ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ja, geht. Das ist mir relativ egal. Sind die anderen überhaupt noch da? Ja. Ich bin hier. Alle da? Ja. Der Tittenbonus ist weg. Und jetzt straight forward bauen, ne? Einfach und irgendwann finde ich dann... Ja, einfach mal abbiegen. Ich hoffe mal, dass du nicht dann drei Kilometer baust, weißt du? Und ich sag grad, ich hoffe mal, dass ich nicht in Lava falle. Zack, bumm. Direkt im Block neben Lava gelandet. Ja, stirb. Alter, und ich hab nur noch anderthalb Herzen. Pilze kann man bloß aus zwei verschiedenen machen, ne? Ja. Oder ne Pilzkur. Ne Pilzkur finden, dann kannst du da einfach Schuss hinunterhalten. Ekelhaft. Wieso ekelhaft? Ne, ich trink's dir auch. Ekelhaft zum Befehl. Yeah, hoff. Warte mal, das ist falsch. Komm, gib mir Fische. Los, gib mir Fische. Schabos, wissen wir, ob Abo ist. Das ist gut auch nicht. Oh, ich muss ja verstehen. Boah, ich hab ein Kohlelager gefunden. Leute, ich glaube, ich möchte etwas mal einwerfen. Ich, das mit dem neuen Angeln. Das ist eine gewagte These, aber ich denke, solange man nur an den Flüssen angelt, kriegt man keine Schuhe oder Kugelfische oder irgendwas aus. Kugelfische? Man kann auch Kugelfische angeln, ja, die sind giftig. Die sind giftig. Oh, okay. Außer du brätest sie. Brätst. Ich wollte gerade sagen, brätst. 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 Ich bin hier in Österreich, die Grammatik ist anders. Ja, Entschuldigung, tut mir leid. Hast du alles richtig gesagt? Brätst. Ja, brätst. Das ist eigentlich auch richtig. Bei uns. Man kann sich über so viele deutsche Wörter lustig machen. Okay, ich hab, alter, hab ich hier ein Kohlelager gefunden. Hallo, du Kackspinne, was willst du denn da unten? Brätst. Wie er noch die ganze Zeit weitermacht. Mann, das ist so schlechtes Karma. Was auch so ein tolles deutsches Wort ist, ist Rumpf. Rumpf. Rumpfsteak. Rumpf. Rumpfsteak. Hüftsteak. Aha. Man kann so viele Wörter so komisch klingen lassen, indem man sie einfach anders betont oder immer wieder sagt im Deutschen. Ach ja, hallo Happy, du bist grad hier in der Kompfide und ich liebe dich nicht. Wir mögen dich nicht. Du bist scheiße. Du bist schlecht. Kann jemand jetzt diese Übersetzerstimme da einblenden? Du bist schlecht. Muhahaha. Keiner kann dich leiden. Du bist schlecht. Der will offensichtlich, dass du mitsprichst. Mh, lecker Spinnenauge. Mh, lecker Gift. Ich komm erst mal nach. Ich hab nen Part aufgenommen. Ich muss jetzt was anderes erstmal machen. Schulisches Krams. Jo. Ich könnte auch lernen, aber... Geil. Ich geh vom Server und letztes Mal hör noch BAM. Oh, es hört auf zu lecken. Wow. Es ist aber wirklich so, jetzt sind nur vier Leute auf dem Server und... Ach so, ich dachte, es ist speziell... Hallo. Hallo. Über die ist ne Spinne. Egal. Oh nee. Aber wirklich genau über dir. Wenn's nach wird, greift sie dich an. Nein, greift sie nicht, weil sie zu blöd ist. Die liebt ihn ja, die will den nicht angreifen. So, ich muss wieder in meine Mine zurück. Ich hab grad alle meine Sachen verloren. Die Mine von Moria. Nein, ich hab meine ganze Kohle verloren. Ich habe dir die Datei geschickt. Ja, ich war in der Aufnahme, Happy. Ja. Ich bin grad am Arne. Hallo, Happy. Das ist so schnell. Ich will einfach nur von einer einzigen Fischart, acht Leute, acht Fische haben. Jetzt hab ich sechs, sechs, sieben, nur mal. Der Anfang, wenn du schon reinjaisst, ich sag dir schon, das wär's für deinen Part, glaube ich, von Anfang richtig episch. Theoretisch. Ja, doch. Ja, ich guck mal. Ich nimm mir das jetzt noch auf und dann muss ich noch was in die Schule fertig machen. Mal tu das. Ich nimm jetzt die Stunde auf, also es sind drei Parts. Kacke, Minis. Ich hab einen. Alter, ich hasse diese Mini-Zombies. Baby-Zombies. Die sind so schnell. Ja, die sind verdammt schnell. Ich hasse es. Das ist so schlechtes Karma. Sag mal, Leute, wie oft werdet ihr das jetzt ungefähr so hochladen? So jeden Tag, jeden zweiten Tag, jeden dritten Also ich versuche es Dreimal in der Woche Ich mache jeden zweiten Tag Ich versuche erstmal so oft, wie ich den kriege Das ist mein Uploadplan, jeden zweiten Tag Wenn man den richtigen Server hat, mache ich es jeden Tag Jeden zweiten Tag Also euch ist es total überlassen Und wir müssen uns sowieso einigen Welche Aufgabe die erste ist Weil das haben wir ja total außen vor gelassen Und ich bitte euch Also ich würde sagen, der Tittenbonus Muss die erste Aufgabe machen Weiß ich nicht, ja Müssen wir erstmal als Kollektiv entscheiden Ladies first Das ist ein gutes Argument Also für diese Aufnahmesession erstmal gar nichts Ja, weil Du bist wahrscheinlich im Voraus Wo du sich die Folge aufnimmst Ja, nee, müssen wir mal gucken Ich habe keinen Cobblestone mehr Hat jemand Cobblestone? Ja Ja, ich habe immer was zu essen Ich habe fast eine ganze Kriste Voll Cobblestone Boah, was macht ihr denn? Ich baue mein Haus Akku Akku Von dir ist eine Spinne Also über Hat mir auch schon der Lump gesagt Der Lump, dieser böse Lump Lumpi, aus Ein Skelett Ein Skelett Endlich wieder Knochenmehl Aber ich komme nicht ran Meine Arme sind zu kurz Wie jetzt? Ich gehe da runter, um Eisen zu holen Und verliere mein komplettes Ich muss jetzt nochmal runter gehen Verdammte Scheiße Eisen, genau, suche ich jetzt auch mal Ich habe mein komplettes Eisen verloren Ich hatte, glaube ich, zwölf Stück oder so Wieso kann ich das Kackviech nicht angreifen? Weil es Kacke ist Okay, ja Gutes Argument Das ist ein sehr gutes Argument Hat jetzt jemand was zu essen? Nein Okay, ich habe Rotten Flash Das reicht, glaube ich Rotten Flash Indian Flash Ich mag Indiana Indiana Jones